Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück zum REFORGED BATTLE und es heißt jetzt für uns ein bisschen... Da ist Eisen! Was? Da ist Eisen sofort, guck mal hier. Da ist Eisen! Ich halt mal so ein bisschen Ausschau, da ist die Banane gewesen. Also letzte Folge haben wir zwei Gegner gekillt, könnt ihr euch ja gerne mal anschauen. Jetzt brauchen wir kurz ein bisschen Eisen, weil wir haben die mit der Panzerschreck gekillt und die Panzerschreck, die sprang alles weg und deshalb haben wir keinen Stuff von denen bekommen und brauchen jetzt noch mehr Eisen, damit ich mir noch Panzerschreck-Monition machen kann, damit der AnyArts natürlich auch noch eine Panzerschreck bekommen kann. Da unten könnte doch noch Stories-Base sein, vielleicht ist da auch noch so ein Blog oder so. Wir können ja mal vorbeigucken da. Ja, warte. Wollen wir nicht kurz Bote? Ja gut, lass einfach so schwimmen. Und Essen! Wir brauchen Essen! Ich habe nur noch acht Fleisch. Ja, ich habe zu Hause ganz viel irgendwie. Ja, zu Hause. Habe ich auch noch eins gesehen, aber so... Jetzt, äh, müssten wir gucken, dass da... Wobei, bei denen waren ja auch Felder mit Karotten, oder? Irgendwas war da, so Felder. Ich möchte auch mal ganz kurz sagen, dass das für mich so ein bisschen Neuland ist, hier das Ganze zu erkunden. Nies auch noch ein bisschen in eine Höhle, da kannst du mal reingehen. Äh, die ganze Mod und so. Dementsprechend entschuldigt bitte, wenn ich da so ein bisschen AFK so ab und an mal so ein bisschen denke, so, ah, was passiert gerade hier? Warte, ich muss schießen, wie mache ich das? Also, Any, ich habe es ja eben schon gesagt, du hast absolut nichts falsch gemacht. Das ist... Du kannst nicht mehr machen bei dem Pflanzmod als draufhalten und schießen, ne? Wo bist du gerade reingegangen? Äh, in die... Ich versuche gerade die Base wieder zu finden. Die Base ist scheinbar hier, weil hier ist was mit... Ne, da ist Wasser. Okay, vergiss es. Äh, ich sehe dich nämlich gerade gar nicht. Ich bin über dir sofort. Ich bin über dir sofort. Ich frage mich halt gerade, wo das hier war. Da warst du, du bist außen. Ja, ja, ich überlege gerade, wo das denn hier war von denen, die Base. Ja, ich baue noch ein bisschen Algen ab. Wo die, genau, ähm... Ja, das war echt gar nicht mal so schlecht versteckt. Max, Minecraft wurde gehackt. What the fuck? Das ist bestimmt ein Bug. Ah, hier, okay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hier ist es gewesen. Ist aber kein Eisen leider drin. Ich komme sofort zu dir. Ich habe schon wieder 17 Eisen gefarmt. Das sind ein paar Magazine dafür auf jeden Fall. Äh... Also hier sind die umgezogen auf jeden Fall. Hier ist nichts mehr da. Ich stecke mich gerade mal hoch. Über dir. Ja, ich komme hoch, damit du nicht alleine bist, mein Schatz. Leute! Ja, ja, die wollten jetzt sterben. Die wollten jetzt... Hä, bringt der sich jetzt echt selbst um? Die wollten jetzt sterben, weil... Oh, das ist doch scheiße, wenn die sich jetzt selber umbringen und nicht mehr kämpfen. Oh, Mann. Das ist doof. Das ist echt scheiße. Das finde ich schade. Ja, ist halt doof, aber... Oh... Das finde ich blöd. Ich mach das Projekt kaputt. Ich mach das Projekt kaputt. Ich mach das Projekt kaputt. Ja, ich auch. Stimmt. Ey, die sollen einfach raus aus dem Projekt. Nein. Ähm... Also hier ist nichts mehr so großartig. Ähm... Okay. Damit sind die dann echt... Damit ist ein Team von uns gegangen. Ja. Das erste Team hat Opfer gefordert. Oder so. Hast du noch... Hier sind ja auch noch Bäume. Wir könnten auch nach Goldäpfeln suchen, oder? Ich stack mich mal kurz hier nach oben. Dann will ich nicht meine... Ich will meine Schweine in der Hotbar behalten. Ich stack mich auch kurz hoch. Ist da oben jemand? Ne, ne? Alles gut? Aber da ist Eisen ganz viel. Geil. Echt? Das ist gut. Oh, Creeper. Nein. Bitte nicht jetzt. Ich... Ich kick ihn weg. Oh nein. Creeper hier drin. Bitte nicht jetzt. Wo ist er denn? Oh, da oben irgendwo. Da ist ein Tunnel. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Hier für dich. Nein. Schau dir das an. Nein. Da war ein Name. Sneak dich. Sneak dich. Da war ein Name. Ich sneak doch schon. Ich schwöre, da war ein Name. Nimm doch jetzt das Eisen. Ja, ich... Ich hab doch gar nicht so viel Platz. Warte. Ich schwöre dir, da war ein Name. Oh, fick dich, Creeper. Da war unten... Ich hab da irgendwo... Oder hab ich mir das eingebildet? Ach, das bildest du dir nur ein. So, dann mach ich gleich Panzerschreck-Munition für dich. Oh Gott. Minus 40 Geschwindigkeit ist hier. Alles klar. 1, 2, 3, 4, 5. So. Komm mal her. 2 Stück für dich. Eine kannst du ja schon mal laden. Ja. Und dann noch eine. Dann hast du ziemlich viel. Dann hast du halt 2 und eine... Also 2 sofort und eine geladene. Richtig? Äh, ja. Richtig, oder? Genau. So, hältst du weiter Ausschau, bitte? Ja, ich bin dabei. So, und dann geht uns das Schwarzpulver aus. Das heißt, wir müssen dann... Hast du noch Schwarzpulver bei dir? Äh, nee. Okay. Okay, das heißt, wir müssen dann, wenn wir auf dem Weg sind, Essen farmen. Ganz wichtig, ich habe nur noch 6 Fleisch. Und wir müssen auf jeden Fall Schwarzpulver farmen, weil ich habe nur noch 9 Stück. Und wenn ich jetzt Ersatzmagazine crafte nochmal jeweils eins, geht uns das auch zu Neige, okay? Okay. Und von der FG, wie viel hast du davon noch? Äh, 3. 3. Ich habe 4, dann mache ich für dich noch eins für die FG, okay? Okay. Kann ich gar nicht machen, weil ich nicht genug Eisen habe. Da sind sie, die sind da, pass auf, die sind da. Dahinten am Fluss sind die. Julia? Ja, dahinten am Fluss, da oben. Darf ich mich... Dann sehen die aber den Ofen hier. Die haben uns schon gesehen. Ach, haben die uns schon gesehen? Mhm, mhm, ja, ja. Okay, dann sollen wir aufhauen oder gegen die kämpfen? Ja, die sind noch auf der Anseite des Flusses. Also die haben noch Zeit, wir könnten kämpfen. Haben die Waffen? Siehst du, ob die Waffen haben? Ich glaube nicht. Wenn die keine Waffen haben... Sind sie zumindest nach drunter gesprungen? Hast du die Panzerschweck schon geladen? Jaja, habe ich schon. Ey, wenn die uns gesehen haben, bleiben wir jetzt hier oben. Das hier wird jetzt unsere Festung, okay? Oder? Okay, wir bleiben hier oben. Jetzt habe ich sie wieder aus den Augen verloren. Ja, ich auch. Oder wollen wir abhauen? Nee, aber die Position, die geben wir hier nicht auf, oder? Die geben wir hier nicht auf. Warum auch? Okay. Du hast noch einen Goldapfel, richtig? Ja. Ähm, hast du einen Lava-Eimer? Nee, ne? Äh, das, was gespawnt gerade? Nee, habe ich nicht. Okay, weil, falls wir sterben sollten, hätte ich gesagt... Verbrennen wir unser Gold. Nicht, dass sie das dann haben. Das wäre... Ich sehe... Nee, das ist eine blaue Blume. Okay, vergiss es. Ah, Essen. Essen, Essen, Essen. Ich brauche Essen noch. So. Ich sehe sie aber auch nicht mehr gerade. Ich denke, die werden jetzt flankieren und wahrscheinlich da hinten rauskommen. Oder die bauen sich einen Tunnel. Oder die bauen sich einen Tunnel. Oder die bauen sich einen Tunnel. Da hinten sind sie. Da hinten sind sie. Die flankieren wirklich. Da hinten sind sie. Okay, sehe sie. Ja. Die könnten sich... Die werden sich bestimmt irgendwie mit Enderperlen aufm Baum oder so porten. Die werden sich porten, ja. Die werden sich safe zu uns porten. Und wenn die sich porten, einfach mit der Panzerfaust drauf und versuchen keinen von uns zu... Wir sollten ein bisschen auseinander bleiben, damit wir uns nicht mit dem Panzer folgen. Ich gehe in die Ecke, übrigens in die Ecke. Bleib du rechts und ich bleib hier. Okay, genau so machen wir es. Okay. Ich sehe sie jetzt nicht wieder nicht. Ja. Das ist ein bisschen knapp gerade. Ich schreibe einfach, bevor der Kampf jetzt beginnt, schreibe ich mal safe Folgenende. Ich schreibe... Sorry, Leute, wenn die Folge jetzt kürzer wird. Es ist auch kein beabsichtigter Cliffhanger oder so. Aber... Das wäre scheiße, wenn jetzt noch was passiert. Ja, das würde immer zu lange dauern. Das würde zu lange dauern. Und deshalb verschieben wir den Kampf, der wahrscheinlich passieren wird. Weil sie werden hier hoch wollen auf nächste Folge. Soll echt kein Cliffhanger sein. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Okay, bis dann. Haut rein. Tschüssi.